Hi, hier ist Steffen Kirchner. Schön, dass du wieder reinschaust. Die Qualität deiner Gedanken im Leben bestimmt die Qualität deines Lebensgefühls. Wenn du lernst, deine Gedanken zu kontrollieren, kontrollierst du dein Leben. Ganz einfach. Und deswegen lass uns heute darüber sprechen, wie kannst du negative Gedanken abstellen, wie kannst du die besser kontrollieren. Und dafür gibt es eine sehr, sehr, sehr sinnvolle und sehr praktische Strategie. Was du verstehen musst ist, jeder Mensch denkt am Tag durchschnittlich so circa 60.000 bis 70.000 messbare Gedankenimpulse. Gut, je nach Bundesland vielleicht ein bisschen unterschiedlich, aber nein, ganz im Ernst, es sind 60.000 bis 70.000 Gedankenimpulse, es wird weltweit in verschiedenen Studien unabhängig voneinander immer wieder bestätigt. Und das Spannende ist, von diesen 60.000 bis 70.000 Gedanken sind nur circa 2% dieser Gedanken jeden Tag neu. Ja, das heißt also 98% der Gedanken, die du gestern hattest, hast du heute wieder. Ja, und morgen auch. Und übermorgen auch. Und wenn du sagst, das kann ja nicht sein, das gibt es ja nicht, ich mache heute ganz was anderes als gestern. Ja, gestern war ich irgendwie in der Arbeit, morgen bin ich irgendwie beim Schwimmen oder beim Skifahren oder beim Bergwandern oder mit meiner Freundin oder mit meinem Freund unterwegs. Ich mache doch ganz was anderes. Ja, auf der Handlungsebene hast du komplett recht. Du machst ganz was anderes, jeden Tag. Aber auf der Mentalebene hast du nicht recht. Denn wir funktionieren durch Automatismen, wir funktionieren Gewohnheiten. Unser Gehirn ist dazu veranlagt, aus allen möglichen Dingen, die es kennt, Automatismen und Gewohnheitsmuster anzulegen. Das heißt, wir Menschen denken in Schubladen, hast du bestimmt schon mal gehört. Also ich gebe dir einfach mal ein praktisches Beispiel. Denk mal zurück an deine allererste Fahrstunde. Das war Wahnsinn, oder? Das heißt, du hattest noch keine Automatismen im Kopf. Du hattest noch keine Routinen, keine Gewohnheiten. Du bist das erste Mal in dieser Kiste gesessen, hast den Schlüssel umgedreht und bist losgefahren. Und der Fahrlehrer hat reingequatscht und du solltest einen Spiegelblick machen. Hier, einen Spiegelblick da oben. Blinken, das Wetter war irgendwie vielleicht komisch. Dann irgendwie hier noch Regensensor an oder Scheibenwischer an. 5000 Informationen auf einmal. Bremsen, kuppeln, schalten. Es war ein Wahnsinn, oder? Es war total chaotisch. Aber heute ist es kein Problem. Heute kannst du mit 50 in der Kurve eine SMS schreiben oder mit 70. Das würdest du natürlich niemals machen. Und das sollte man auch nicht machen. Aber du weißt, dass es rein theoretisch gehen würde, wenn du es probieren würdest. Ja, warum ist das so? Warum können wir heute ganz entspannt nebenbei Radio hören, uns mit der Partnerin oder dem Partner nebenbei unterhalten, draußen noch irgendwelche Straßenschilder oder Kinowerbungen lesen und trotzdem kommen wir sicher durch die Straßen? Ganz einfach. Weil du nicht mehr bewusst Auto fährst. Weil diesen Automatismus dein Unterbewusstsein übernommen hat und sozusagen fährst du auf Autopilot. Und so ist es in den meisten Dingen im Leben. Das heißt, so verrückt ist kein Leben auf der Welt, dass wir jeden Tag komplett andere Dinge tun. Die meisten Dinge sind tatsächlich ziemlich ähnlich. Du sprichst jeden Tag die gleiche Sprache, du hast ähnliche Menschen um dich herum, du wachst in dem gleichen Körper auf, meistens auch neben dem gleichen Körper auf. Je nachdem, ich weiß nicht, wie dein Leben aussieht, aber oft wachen wir auch neben dem gleichen Körper auf. Wir haben einen ähnlichen Job, haben ähnliche Abläufe, wir essen auch immer wieder ähnliche Dinge. Das heißt, die meisten Dinge des Lebens machen wir nicht zum ersten Mal. Und das Gehirn hat somit Automatismen aufgebaut. Und so funktioniert das jetzt auch mit unseren Denkstrukturen. Das heißt, von diesen 60.000 bis 70.000 Gedanken, die wir jeden Tag denken, gibt es eine ganz große Anzahl von Gedanken, die in bestimmten Mustern ablaufen. Also das heißt, wo wir auch eine Meinung dazu haben, da wo wir eine bestimmte Sichtweise, eine Perspektive drauf haben, wo uns ein Mensch entgegenkommt und wir sagen, ach, kenne ich schon, der ist so und so und wir wissen die ganzen Charakterzüge von dem, da ist der positiv, negativ, den mag ich, mag ich nicht, der ist schwierig oder einfach, freundlich oder unfreundlich. Und das nennen wir zum Schluss Überzeugungen und Glaubenssätze. Ein Glaubenssatz ist im Endeffekt nichts anderes als die Gesamtheit aller Dinge, die du lange Zeit über jemanden gedacht hast, die du lange Zeit beobachtet hast zum Beispiel, die dir zum Beispiel aber auch gesagt wurde, du gehört hast von jemandem über etwas. Manche Menschen haben Glaubenssätze über Dinge, die sie noch nie probiert haben. Ein Glaubenssatz ist eine Art mentales Programm. Es ist wie ein Computerprogramm, das entstanden ist durch Wiederholung. Wenn du also wissen willst oder wenn du vielleicht auch schon einen Glaubenssatz hast, wo du sagst, naja, manchmal immer, wenn ich irgendwas tun will, wenn ich mich was trauen will, wenn ich mutig sein will, wenn ich was Neues starten will, eine Selbstständigkeit oder wenn ich eine Frau oder einen Mann ansprechen will, wenn ich irgendwas tun will, aber ich kann es nicht tun irgendwie. Ich bin nicht in der Lage, mich zu trauen und diesen Schritt zu machen oder loszulassen oder zum Beispiel Nein zu sagen zu einem Menschen, obwohl er mich zum hundertsten Mal mit dieser Sache schon konfrontiert und ich keine Lust mehr habe, das zu tun, aber ich kann nicht Nein sagen. Also wenn diese Verhaltensweisen zu schwierig sind umzusetzen, dann liegt dahinter ein Glaubenssatz. Und der Glaubenssatz ist eine Geschichte, die du dir selbst regelmäßig erzählst. Es ist eine Geschichte in deinem Kopf, die entstanden ist, weil du dir sie entweder selbst entwickelt hast oder dir sie von anderen angehört hast. Der Hauptgrund dafür, warum die meisten Menschen in ihrem Leben nicht das fühlen und nicht das haben, was sie fühlen könnten oder auch haben und erreichen könnten, der Hauptgrund liegt in den Geschichten, die sich die Menschen in ihrem Kopf selbst immer wieder wiederholen. Und die entscheidende Frage ist, wie verändern wir jetzt diese Geschichten? Gibt es überhaupt positive und negative Geschichten? Naja, ich persönlich glaube, es gibt gar keine so wirklich positiven und negativen Geschichten oder Gedanken, sondern lass uns eine andere Kategorisierung finden. Versuch mal nicht in gut oder schlecht, in positiv oder negativ zu denken, sondern denk mal in einem anderen Bewertungskriterium. Und zwar stell dir die Frage, die Geschichte, die ich mir selbst erzähle, den Gedanken, den ich regelmäßig denke, gibt er mir mehr Handlungsspielraum und Möglichkeiten oder eher weniger Handlungsspielraum und Möglichkeiten? Das heißt, gibt er mir Freiheit in dem, was ich tun kann? Gibt er mir die Möglichkeit, aktiv zu werden? Oder gibt er mir eher keine Möglichkeit, aktiv zu werden und lässt mich passiv sein, lässt mich eher in der Opferhaltung sein? Bin ich dadurch in einer Gestalterposition und kann jetzt etwas selbst bewegen und kontrollieren oder bringt mich der Glaubenssatz in eine passive Opferhaltung und Erwartungshaltung und in eine Hoffnung? Hoffentlich wird das irgendwann mal. Das heißt, ich habe keine Gestaltungsmöglichkeit und keine Kontrolle. Das ist die entscheidende Frage bei Glaubenssätzen. Und wenn du einen negativen Glaubenssatz, also einen negativen Glaubenssatz hast, dann ist das meistens ein Glaubenssatz, der dich eben in die Hoffnung bringt. Denn Hoffnung ist das Gegenteil von Aktivität. Hoffnung ist das Gegenteil von Aktivität. Denn bei der Hoffnung bist du nicht aktiv. Bei der Hoffnung hoffst du. Du hoffst darauf, dass der liebe Gott, der Partner, der Chef, der Kunde, der Markt, die Politiker oder wer auch immer die Lösung bringen. Dass die Umstände sich so entwickeln, wie du sie brauchst oder gerne hättest, damit du positive Gedanken und Gefühle hast. Und deswegen glaube ich, ist es sehr, sehr wichtig, dass du die Glaubenssätze veränderst in deinem Kopf. Dass du erstmal dir auch die Frage stellst, erstens, was habe ich für Glaubenssätze? Schreib die dir jeden Tag auf. Immer wieder, wenn du an einen Punkt hinkommst, wo du sagst, jetzt würde ich gern was tun, aber ich kann es nicht, stell dir dann die Frage, was ist jetzt die Geschichte, die ich mir selbst erzähle, warum ich das nicht tun kann? Das ist der Glaubenssatz. Also was ist die Geschichte, warum ich glaube, etwas nicht tun zu können oder zu dürfen? Warum ich glaube, dass es nicht geht? Warum ich glaube, dass ich es nicht kann? Das ist der Glaubenssatz. Schreib dir diese Glaubenssätze immer sofort auf, wenn du an so eine innere Grenze praktisch kommst. Und dann stell dir die Frage, was für eine Geschichte müsste ich mir denn erzählen, damit ich dorthin komme, wo ich wirklich hinkommen will? Was für eine Geschichte müsste ich entwickeln, damit ich mehr Handlungsspielraum bekomme? Vielleicht eine Sache noch abschließend dazu. Viele Menschen glauben, und wir streben ja alle nach Erfolg, viele Menschen glauben, dass das Gegenteil von Erfolg im Leben Misserfolg ist. Das ist ein sehr, sehr großer Denkfehler. Denn das Gegenteil von Erfolg ist nicht Misserfolg, sondern Passivität. Denn Erfolg, wie es die Weisheit der Sprache ja schon so schön sagt, bedeutet ja, dass etwas erfolgt. Das heißt, es ist eine Folge von etwas. Das heißt, es ist etwas Aktives. Ein Erfolg ist immer ein Prozess, ist immer einer aktiv, da passiert was. Und Passivität ist genau das Gegenteil von dem, dass etwas erfolgt. Da passiert nämlich gar nichts mehr. Wirklich gar nichts mehr. Deswegen Menschen, die nichts riskieren, die nichts ausprobieren, ja, die machen auch keine Fehler. Und bei denen passiert auch nichts. Und zwar gar nichts. Überhaupt gar nichts im Leben. Das heißt, stell dir die Frage, was für einen Glaubenssatz muss ich mir einreden oder muss ich entwickeln, muss ich auch oft genug wiederholen, muss ich in meinem Kopf erschaffen, damit ich in die Aktivität komme? Also, Beispiel ganz kurz noch von mir. Früher, als ich gesagt habe, ich möchte gerne Profi-Redner werden, Keynote-Speaker werden, ich möchte in Firmen oder auch bei meinen Seminaren auf Bühnen gehen und vor vielen Menschen sprechen. Ich konnte damals nicht wirklich sprechen. Also, ich konnte schon reden, aber ich konnte nicht wirklich sprechen. Ich konnte keine guten Vorträge halten. Und immer, wenn ich daran gedacht habe, oh, da könnte ich ja vielleicht mal einen Vortrag halten, da könnte ich mich ja vielleicht mal bewerben oder könnte mal irgendwie in eine Firma versuchen, reinzukommen oder ich könnte mir auch selber einen kleinen Vortragssaal buchen und sowas selber organisieren, mal vor 20 Menschen vielleicht, hatte ich immer diesen Punkt im Kopf, nee, das kann ich nicht. Ich bin also auch an diese mentale Hürde gekommen. Weißt du, was der Grund war, was die Geschichte, der Glaubenssatz in meinem Kopf war? Ich dachte, man muss auf einer Bühne extrovertiert sein. Man muss laut Tschakka schreien. Man muss Menschen rumspringen lassen. Man muss mit ihnen über glühende Kohlen laufen, wenn man über Motivation spricht. Und ich bin nicht extrovertiert. Und die Geschichte in meinem Kopf war, woher sie auch immer kannte, woher sie auch immer kam, man muss auf einer Bühne eine Rampensau sein. Und das war mein falscher Glaubenssatz. Und der hat mich natürlich in die Passivität gebracht, weil ich bin keine Rampensau, ich werde auch keine. Ich werde nie extrovertiert sein. Du kannst Menschen durch Lautstärke bewegen, aber nicht jeder kann laut sein. Nicht jeder will laut sein. Und erst später habe ich festgestellt, man kann Menschen auch durch Tiefe erreichen. Ich bin der für die Tiefe. Das ist nicht besser als die Lautstärke. Es ist aber einfach ein anderes Modell. Manche bewegen Menschen durch Lautstärke und durch Aktivität, durch Action, durch glühende Kohlen, durch Tschakka, durch Rumspringen, okay, und manche durch die Tiefe. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Und erst als ich verstanden habe, okay, ich möchte Menschen mit Worten bewegen und nicht einfach mit anderen Aktivitäten, was ich nicht bin, sondern ich möchte sie mit Worten bewegen, auf einmal war für mich klar, ich muss lernen, Worte so gezielt wählen und formulieren zu können, dass ich Menschen damit innerlich auch bewegen kann. Und das war der neue Glaubenssatz. Ich kann Menschen auch mit Worten bewegen, wenn ich es anfange, mit Worten zu können, also zu lernen, das mit Worten zu können. Das heißt wirklich über die Sprache und nicht über die Show. Und jetzt war ich in der Aktivität. Und somit hat sich dieser alte Glaubenssatz Schritt für Schritt auch aufgelöst. Also, finde eine Geschichte, einen Glaubenssatz, der dich in die Aktivität bringt. Denn der spannende Punkt ist, wenn du aktiv bist für eine Sache, die dir wichtig ist, kannst du nicht negativ denken, so einfach. Denn negative Gedanken kommen meistens dann, wenn der Körper nicht viel tut. Wenn der Körper nicht in der Aktivität ist, für das, was er wirklich will. Wenn der Körper in der Aktivität ist, um ein Ziel zu erreichen, dann bist du im Tun. Und dann kannst du nicht so leicht negativ denken. Negatives Denken, Depressionen, schlechte Gefühle kommen meistens in der Passivität. Wenn wir auf etwas hoffen, wenn wir auf etwas warten, wenn wir uns irgendwas wünschen. Wenn wir aktiv sind, dann stimmt der Fokus. Also, deswegen, richte deinen Fokus aus und verändere deine Gedanken. Krieg Kontrolle über deine Gedanken und stell negative Gedanken ab, indem du deinen Fokus auf eine positive Geschichte, auf einen positiven Glaubenssatz ausrichtest, der dir mehr Möglichkeiten gibt, der dich in die Gestalterrolle, in die Aktivität bringt, wo du etwas unter Kontrolle hast, was du tun kannst für das, was dir in deinem Leben wichtig ist. Und dabei wünsche ich dir viel Erfolg. Schreib mir unten in die Kommentare, was das ist, was du vielleicht noch wissen musst, was du brauchst, welche Erfahrungen du schon gemacht hast, vielleicht auch mit meinen anderen Videos. Und lass uns darüber austauschen. Ich freue mich sehr auf den Dialog mit euch. Also, viel Erfolg bei der Umsetzung. Let's go. Ciao.